was für ein tor erst mal das hier schau mal hier läuft und dann hier vorbei dann kommt er hier der typ trifft diesen scheiß ball nicht und der torhüter kurz danach denkt sich und dann schießt er noch mal auf den torhüter was läuft kundi denn nicht und jetzt wieder so ein scheiß drecks konter weil ihr nichts anderes könnt wahnsinn guck nein niemals es ist auf jeden fall ein walkout es ist auf jeden fall ein inform er ist frankreich z.m. oh mein gott, oh mein gott, oh mein gott, oh mein gott, ich kann einfach, oh mein gott, ich kann einfach hier fiefer zocken wie komisch was, das spiel läuft ja noch weiter guck dir das an was ist das? und ich war mir zu 5000% sicher es geht nicht mehr schlechter als fifa 20 aber es wurde einfach getoppt und das umwelten das ist krass, das ist wirklich krass guck dir das mal an kann mir dazu noch einer was sagen? das ist ehrlich krass, man wird halt richtig gefickt die player picks waren schrott, ich glaube 81er und 82er, viel try wer ist das? oh mein gott, jungs ich guck nicht mal hin auf einmal, ich sehe brasilien, lf, paris dann sowas halt, ne? jetzt könnte das spiel richtig fahrtauf nehmen er bringt den ball jetzt nach vorne sehr gutes technik, das war wichtig ja was ist dem spiel schon wieder es ist es ist da, man, ja? bitte eto, bitte gib uns eto, bitte gib uns eto oh mein gott ja wuuhuhuhuhu wuuhuhu wuuhuhuhu let's go der will mir einen wegschwitzen, der will mir am liebsten glaube ich nicht mehr den ball geben, schaut's euch an oh nein, der will mir nur 30-0 hier, der will richtig Auge machen, glaube ich was? nee, das ist nicht passiert, Leute, das ist nicht passiert, das ist nicht passiert, das ist nicht passiert, das ist jetzt nicht passiert, der hat sich durch mich durchgebiegen alles liegt drum, alles liegt jetzt drum ja, ja, immer zum tauber spielen, Dinger nein, nein oh mein gott das war nicht verabschied das war nicht verabschied let's go jetzt hast du jetzt schon plus gemacht, ich sehe nichts, nein, ich sehe nichts was, ich sehe nichts, nein Ronaldo, er zieht Ronaldo, ich kriege einen Anfall klippt es einer ja, hab ich dich gef... das ist tot, Dinger der passt ganz genau aber sei mal ehrlich, wie geht das, Dinger er hat Ronaldo, Pelé, Neymar und Mappé an Trade gezogen, Dinger und dann kommt er seine roten Karten er hat Bruno Fernandes noch im Verein er hat Rashford in Rot, er hat Zaha in Rot, Dinger Hilfe, Jungs, sag dir wie das funktioniert, Dinger nein, bitte nicht ja, Donnarumma, du Ehrenmann Jungs, FIFA Deutschland no joke jetzt jawoll ist gut Eza, Portugal Stimme, Ronaldo, Ronaldo Ronaldo, Ronaldo Ronaldo, Ronaldo Cristiano das ist doch nicht wahr, Leute was soll es denn jetzt hier was was war das für ein Tor Nein, oh Talschale, oh, was ist das? Was? Nee. Ja, was ist das denn für ein Ball, Digga? Was macht der denn für eine Biegung, dass der noch zu seinem MAP kommt und nicht ins Aus geht? Ja. Ja, es ist halt so lächerlich. Walkout! Hm, der geht nicht mehr rein. Was sind wir denn? LF. Nelma! Nelma! Ich hab Nelma gezogen! Ich hab Nelma gezogen! Meine Worte bringt mich gleich um. Ich hab Nelma gezogen! Nein. Ich hab Nelma gezogen! Es ist gut geworden. Ne? Musik Musik